Jetzt ist los! Jetzt ist los! Die ganzen Videos stammen, also das, was ich heute noch hochlade und das, was ich am Freitag für euch habe, stammt von Sonntag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sonntag ging es mir überhaupt nicht gut. Mir ging es nicht besonders gut. Bleiben wir dabei und dementsprechend habe ich eigentlich gedacht, komm, wir machen den ganzen Scheiß, nehmen den auf, wie immer, aber ohne Webcam. Ja, dann gucke ich mir die Aufnahme an, zack, komplettes Overlay vom Stream, Webcam ist natürlich gelaufen und müsste halt leider ertragen für die nächsten beiden Videos. Bis dafür ist das Gameplay korrekt, also blendet das einfach aus. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Wir sind natürlich wieder mit Lobo unterwegs. Hat für mich diese Season echt gut funktioniert, muss ich sagen, beziehungsweise auf dieser Map finde ich es sehr, sehr nice. Man kann aggressiv spielen, man kann alles anschießen, was man will, denn am Ende des Tages findet man halt immer irgendwie Loot. Ich bin mit King im Duo-Cue unterwegs, der Path ist ein Random und wir haben tatsächlich eine richtig korrekte Runde hingelegt. Das war die erste Runde am Tag. Wie gesagt, ich glaube, uns beiden ging es nicht ganz so gut. Dafür war es halt sehr solide und ich wünsche euch viel Spaß damit. Falls ihr Bock habt, das Ganze mal live zu verfolgen, kommt gerne auf Twitch vorbei. Ich kann auch nicht direkt sagen, ob ich jetzt heute noch Rank weiterspiele. Wir sind jetzt mittlerweile im Master. Wenn ich ein Team finde, dann auf jeden Fall. Ansonsten heute Abend ganz gemütlich Pubs. Ich freue mich auf euch. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Viel Spaß und bis denn. Ich hoffe, es passiert nicht. Aber wir kriegen ja, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, eh Sturmgewehr. Das wäre für mich das Bild schon sehr, sehr nice gewesen. Ja, ich hätte mir nur einen Screenshot gemacht. Ich feiere eh Amsterdam nächste Woche und so. Ja. 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 auf jeden fall wir sind vielleicht verkatert aber schießen geht noch reden und denken fällt schwer aber gerade ausschießen das kriegen wir nicht Gebi oder Gebi-Bubble-Dick Vorsicht sehr schön Ich wüsste halt gerne wie viele das sind. Nein, was machst du denn, Fan? Bist du One? Gut Schaden ausgeteilt, oder ja. Rack die Horizon vor dir? Wir haben einen Portal genommen. Alle? Ja, ja, ja. Arbeit! Zwei! Ich bin ein Woll, ich habe den Ball. Ich bin ein Schaden. Ich bin ein Schaden. Wir sind hier Theoretisch könnten wir die hier noch links unter uns fallen Komm hier Die sind zu weit weg und nicht mehr Alles gut Aber die laufen, die sind in ein neues Team Die sind in ein neues Team gelaufen Nice Ich hab 3 Batterien Ich mach mal eine Ich hab 6 Ich würde nicht mehr da Ich hör hier auf jeden Fall drinnen was Das ist weiß Nein Das ist weiß Nein Nein Äh ich bin in der Nähe Ich bin an der Bett, ich bin an der Bett, ich bin an der Bett, ich bin so, äh, ist dort. Wir haben jetzt hier den, wir haben ja hier den Torquart. Sind wir uns nix mehr? Boah, es war schon sparring. Gute Shots auf den... Ja, das war schon geil. Ich bin stark und sehe dich da reinfliegen. Geil. Der war guter Mut. Gute Shots auf den, ich weiß gar nicht, was da oben gedownt wurde. Ich habe den, glaube ich, nur einmal kurz getroffen. Starkes Shots auf den. 6 und 13. Unser, unser Letz scheint nicht so schreck jetzt zu sein. Ja, das ist noch ein Ritz. Kannst du gleich eine Rolltie einfach mal bei mir draufstellen, ne? Ja, ziehe Nails raus, wenn du Nails rauskommst. Boah, ich bin gerade. Ich geh ein bisschen weiter nach vorne. Wie spielen wir gleich das? Kriegen wir ganz sneaky den Squad umgepusht? Level 3 Let's go here One minute until the ring closes and everything here is gone for good I'm going to get hit I'm going to get hit I'm going to get hit This is gold Ash portal No, that's the other Ash The other Ash The other Ash The other Ash Recharging my shields Nice Recharging shields That's the net Nice They're passing ground He's low They're on the ground Behind us Yeah Let's check this quadrant Ehhhh, Nate get out Fracked He hit the enemy shield He hit the enemy shield He hit one, he hit another one He hit a flash He hit a flash 70 flash Down ist ja das nicht der ist nicht gold ja rausgezogen Über dir. Nice, stark, stark, stark. Ich habe ihn runter gef... äh... 50... 50 auf den Pad... Auf den Watter... Ich weiß es nicht... Kann sein... Hier ist der Raid! Hier ist der Raid! Die ist Solo! Pushers... Face, Face... Läuft die Haide in den anderen... Ich merke die gute... Ganz direkt... Scheiß... Nein, nein, nein... Du hattest doch auch noch den Nock... Das haben wir gut gemacht... Ja, für die erste Runde... Kann man nochmal machen... Junge, sehr stark... Das ist alles... Nur weil du dich einfach taktisch gut zugezogen hast... Junge, lad... Let's go... Fuck...